Los, findet den Rebellen. Er darf nicht entkommen. Wieder ein Schritt Richtung Freiheit. Tag 19. Die anderen Männer meines Zuges sind wertlos und schwach. Ich zerbreche hinter den schweren Rucksäcken und dem Schlafanzug. Ich lasse mir meine Schmerzen und meine Müdigkeit nicht anmerken. Die anderen nennen mich bereits General. Die Regierung kann ihre Körper haben, aber ihre Seelen und ihre Loyalität gehören mir. Die muss irgendwo ein Loch haben. Drei Monate bei den Rebellen und ich habe noch nichts Aufregendes gemacht. Ich will das erleben. Die hat sich angefangen. Ich habe meinen Sportwagen Oldtimer fast fertig. Seit Rico hier ist, gibt es auf dem Schrottplatz jede Menge Ersatzteile. Und solange er hier ist, werde ich garantiert nicht damit rund fahren. Die Ravelos-Intelligenz wird nur von seiner Arroganz übertroffen. Habt ihr schon gehört, dass Rico hier als zwei Gute aus Porto den Gratia gekappert haben? Sie haben sie in eine Höhle gelobbt und übernommen. Gut, wenn man Schmuggler auf seiner Seite hat. Alle Einheiten, klare Anzeichen von Gewaltausschreitungen. Alle Einheiten, klare Anzeichen von Gewtausschreitungen. Die Zentrale, Unterstützung ist unterwegs zu euch. Gesichtkontakt verloren, alle Mann ausschweren. Weitere Schiffe sind unterwegs, um euch zu unterstützen. Achtung, unsere Seestreitkräfte sind unterwegs zu euch. Wir schicken Boote zu eurer Position. Die Zentrale, wir schicken Boote zu eurer Position. Wir schicken Boote zu eurer Position. Weitere Schiffe sind unterwegs, um euch zu unterstützen. Wir haben dich getroffen. Wir haben dich getroffen. Weitere Schiffe sind unterwegs. Ich schalte dich aus. Hier Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Finde dich. Achtung! Unsere Seestreitkräfte sind unterwegs durch. Je höher dein Baum, desto tiefer dein Wald. Achtung! 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 Achtung!